Was geht ab? Ich habe euch versprochen, wir tun alles Nötige, um den Pizzaburger zurückzuholen und wir haben jeden Hebel in Bewegung gesetzt, der uns irgend möglich war. Versteht ihr das? Wir haben die größte Werbefläche in Köln an der Langzess Arena gemietet für einen vierstelligen Betrag. Da war eine Woche lang unsere Fresse drauf zu sehen mit einem QR-Code zu einer Petition und es haben schon tausende Leute diese Petition unterschrieben. Wir brauchen aber noch mehr. Deswegen haben wir auch noch Flyer verteilt an arme, hilflose Leute, an alte Leute, die gar nicht wussten, was abgeht, die nicht mal wussten, was ein QR-Code ist. Wir haben die Flyer in Briefkassen reingespammt. Selbst wenn da drauf stand, keine Werbung. Da habe ich extra viele Flyer reingespammt. Für das Volk, für euch, für den Pizzaburger. Es hat nicht lange gedauert, bis Dr. Oetker darauf geantwortet hat und die Antwort von Dr. Oetker war ein Kinderfoto von mir auf Twitter, wo ich 130 Kilo gewogen habe. Und dazu wurde geschrieben, Omi, kannst du mir helfen, einen bösen Brief an Dr. Oetker zu schreiben wegen Pizziburger? Das ganze Video dazu mit der Petition findet ihr auf YouTube. Mal schauen, wie es weitergeht.